Viktor, mein Name. Viktor, Sergej, schön dich kennenzulernen. Ich duze dich auch gleich, wenn das okay ist, Viktor. Was machen wir da mit den Stellen, wo wir, ich sag mal so, klar erkennen können, dass er keine göttlichen Eigenschaften hat. Und zum Beispiel wird er gefragt, wann ist der jüngste Tag. Und er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nicht der Sohn, sondern das weiß nur der Vater alleine. Der Frieden des Herrn Jesus sei mit allen. In Markus Kapitel 13, Vers 32, mahnt Jesus die Jünger vor jeder nutzlosen entzeitlichen Neugier. Die Jünger können nicht mehr Wissen haben, als Jesus selbst weiters brauchen wir nicht mit Angst auf bestimmte Zeiten starren, sondern sollen immer wachsam sein, von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater, Markus Kapitel 13, Vers 32. Es ist weder den Engeln noch Jesus auf der Erde gegeben, genaue Zeiten zu offenbaren oder bekannt zu machen. Für uns Menschen auf der Erde ist es somit nicht gegeben, die Stunde zu wissen, er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache. Die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 7 Nicht nur, dass Jesus weiß, dass er zurückkommt, sogar die Stunde weiß er laut Koran. Oder ist dieser Koranvers ein schwacher Hadith, und er ist wahrlich Wissen von der Stunde, des Gerichts? So hegt ja keinen Zweifel an ihr und folgt mir. Das ist ein gerader Weg, Sure 43, Vers 61. Laut Koran soll man Mohammed folgen und glauben, was er sagt, weil er das von Allah offenbart bekommt. Wer hat in diesem Fall eine falsche Aussage getätigt? Allah oder Mohammed? Erzählt hat Sal bin Sadeh, Ich sah den Gesandten Allahs, Savs, wie er mit seinem Zeige- und Mittelfinger auf etwas zeigte und sagte. Die Zeit meiner Ankunft und die Stunde sind wie diese beiden Finger, Sahih al-Bukhari 4936 Aus der Nicht-Erwähnung des Heiligen Geistes in Markus Kapitel 13, Vers 32 kann man weder den Wissensstand noch eine Lehre über den Heiligen Geist ableiten. Sonst müsste man nach der gleichen Logik glauben, dass weder der Vater noch der Heilige Geist den Namen kennen, und somit nicht allwissend, sondern nur Jesus, und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Offenbarung Kapitel 19, Vers 12 Wenn unsere lieben muslimischen Mitmenschen behaupten, dass sie Jesus kennen und lieben, dann belehrt er sie eines Besseren. Weil nur der Vater kennt den Sohn. Und Allah ist niemanden Vater. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater, noch, wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will, Lukas Kapitel 10, Vers 22 Wenn uns unsere lieben Dabagandisten schmähen und unsere Namen verwerfen, Klausi Mausi, Paulus TV, Alte Dame, und so weiter, haben wir Gewissheit, dass wir auf dem richtigen Weg sind, selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes Willen. Freut euch an jenem Tage und tanzt, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Lukas Kapitel 6, Vers 22 bis 23 Nur Jesus rettet. Kein Bedarf von Mohammed, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen, Johannes Kapitel 5, Vers 39 bis 40 Bundesliga